das ist sowieso viel cooler auf die harte ich bin hier hurensohn ist nichts ein gerüstet er hat mich erwischt die packern macht richtig laune ich will aber eine tommy gun haben ich will eine tommy gun haben ich will die tommy gun haben gib mir die tomms sieh zu und lerne ja ja wo seid ihr ihr klein schwanz in deckung der schuss hat alter vater los Geh weg da. Lebst du noch? Komm schon, Mistkerl. Scheiße. Geh weg da. Mamma mia. Da, 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 da. Ist der tot? Ja, sieht so aus. Hey, Joe, los jetzt, komm schon, ratte. So. Wie weit müssen wir uns überhaupt durchballern? Kommt raus, ihr Wichser! Empire Base. Schön, Joe, schön! Empire Base, zwei Mann-Armee. Hey, ich hab einen erwischt! Ich hab einen erwischt! Ich hab einen erwischt! Ich hab einen erwischt! Wo ist der, Joe? Woah! Headshot! Ich hab einen erwischt! Das Gewehr ist aber auch nicht schlecht! Woah, 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 woah! Nein! Ich hab einen erwischt! Ich hab einen erwischt! Ich hab einen erwischt da noch in der Story! Hör zu, Joe! Alles läuft platt, solange wir schön ruhig bleiben! Ich hab einen erwischt! Oh, Gott! Hilfe! Komm! Großartig! Daneben auf die Harte-Tour! Ich hatte schon macht sowieso viel mehr Bock! Ich hab einen erwischt! Ich hab ihn auf, du kannst! Ich hab ihn gewonnen! Oh! Oh, scheiße! Woah, woah! Woah! What the fuck? Woah! Gut, das lief jetzt auch beschissen. Das muss ich sagen. Deshalb machen wir es einfach direkt nochmal. Komm, 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 komm! Bin soweit gekommen gerade. Maaaah! Hör zu, Jerry. Alles läuft glatt, solange wir schön ruhig bleiben. Gibt es jemanden von den anderen durchkamen? Nee. Wir müssen dann den vorbei. Tja. Wie kämen wir an den vorbei so theoretisch? Na, Mama, mehr! Großartig! Dann eben auf die Handelte. Nein, was? Mehr hast du nicht drauf? Ah, scheiße! Alter, was hat der für eine Wumme gehabt? Okay, den hat er erwischt. Ah, da war eine Magnum, deshalb. Scheiße! Gah! Verdammt! Wo war der Typ? Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich spiele jetzt vor, bis ich hier im Lagerhaus bin. So. Kein Bock mehr. So. Ich habe sie alle fertig gemacht. Alle! So, lande erstmal alles nach. Ne, die Magnum muss noch nachladen. Ah, die ist nachgeladen, die ist nachgeladen. Dafür gibt's noch Munition. Dafür gibt's auch noch Munition. Dafür gibt's auch noch Munition. Ich habe übrigens den Typen gefunden, der mich aufm...